So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von W.O.T. Ja, auch von mir, hallo und herzlich willkommen und wir haben, ich konnte Luis endlich mal überregen, 4.5 zu nehmen. Also, ähm, wollte ja letzte Folge nicht, aber diesmal endlich mal so. Ähm, jedenfalls, ich habe M41 genommen und Luis S35, ja? Ja. 4.6, gefecht. Ja, 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 geht. So, der beste Spieler ist der Keho von den Gegnern. Der Keho. Der Keho. Keho. Also, keine große Bedrohung. Sonst, alle rote Fischenzie, von daher. 64% Siegrate von uns, der beste ist der, ähm, Chito. Chito. Alles Japsen. Geht ja, der da, der Sechser, ne? Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir auch mal, dass du die Mods auch hast. Ja, genau. So, ich aimer in E2 ungefähr. In E2? Ach, hier hin. Ja, genau, mach mal. Ja, genau, da ist schon ein M6 gespottet. Ach Gott. Ja. Ähm, du, warte mal. Erst der Schuss. Du sitzt, sitzt schon mal super. Hm. 14 Sekunden sind ich wieder ready. Ich schieße auf die Wolferie. Und bei der kommt sie eher durch. Und, äh, die One-Trib-Zug. Ja, jetzt würde ich den M6 auch anschauen. So. Weg mit dem, weg mit dem Dreck. Oh Gott, ich hab schon wieder da gefailt. Ich hab gesehen. Da ist noch irgendwer. Ich merk's. Das ist irgendeine, das ist ne Lacht, ne Lacht, ne Lacht, ich glaube, der Arte 2 oder so. Ja, guck mal da. Worte, der Mann, der Mann, der steht da noch. M6. Und, äh, das steht da noch. Es ist doch wohl nicht wahr. Ich werd's mal treffen. Ach, tja, sag ich doch, AT2. Und Schiha. Nicht, komm mal mich um den Schihe. 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 Konter, das, äh, das eh nicht ganz lieb, aber ich hab Schiha gelesen. Ich komm mal mit um den Schihe. Kannst du dir mal bitte wieder zu machen? Ich muss mich grad mal bis hinten in den Fessel verstecken, weil die bei mir durchkommen. So, treff. Hast du getroffen? Nein. Was glaubst du denn? Dö, ich bin... Arty. Was? Weil, der ist meins. Du, 85? Ey, ich kann Doppelkill machen. Ach, fick dich, egal. Ich kann Doppelkill machen, Arty und Wolverine. Ja, nicht auseinander fahren. Hehehe. Mando. Ja, genau, genau, genau. Triplekill! Nein! Na, schade, nur einen Kill. Oh, die standen da, Arty, BZSVL und Wolverine nebeneinander hätte klappen können. Er hätte klappen können. Geh ich aus. Ich guck mal nicht mal um den. Ne, ich fang mal, das warte ich. Nein, hier Doppelkill, komm. Schaffe ich jetzt. Okay, Doppelkill. Das weiß du einem ne Y an. Nein! Du bist noch da. Mann, hätte ich mal ein bisschen früher geschossen. Ach, und dann sechs ist auch hier. Na gut. Okay, ich bezahle, dass ich den M6 treffe, aber gut. Treff, äh, treffen doch mal. Wollt ihr da? Ja, das sollte man stehen bleiben. Also, schießen. Hab getroffen. Glückschuss. Warte, war ich das oder wer? Das warst du gerade, ich glaube. Ja, aber ich habe so einen Schuss gesehen, der getroffen war. Ich glaube, das war nicht dein Schuss. Ach, scheiße. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas gemacht. Ja. Nein, das war nicht mein Schuss, ich hätte irgendwas gezogen. Du könntest ihn auch mit Splash, der müssen wir ein bisschen wegerhauen haben. Die Wand, die müsste echt schon weg sein. Ich hatte einen schon dreimal gegen geballert. Da hast du gemacht. Ja, genau, mach den fertig. Der hat mich auch fertig gemacht. Wurzweck mal. Und dann guckst du geradezu. Mal allen so ein bisschen. Weiter. Ich will dir zu gucken. Ich will scheiße. Mach Steuerung und dann klick auf mich. Der überspringt dich einfach. Steuerung und klick auf mich. Ich glaube, ich glaube. Ich glaube aber nicht, dass das sehr spannend ist. Nicht auch nicht. Trotzdem mal kurz. So rüber, hier, Cheeto und so und so. Katzen, so. Cheeto. Okay. Ach so. Die Schlacht haben wir jetzt gewonnen. Hm, richtig. Das ist so viel Macht. Ich halte immer auf Yolo. Ja, das ist auch toll. Drei Helptets. Auf eins. Oh Mann. Da ist er. Eigentlich nicht treffen, wegen dem blöden Stein. Sehr viel gemacht mit ihm. Der AT2 ist auch mal bei der... Vorfahren. Jetzt ist er tot. Ja. Okay, da ist der M6 sowieso nicht treffbar, Problem war. Ähm. Gott. Scheiß Berg im Weg. Sie schießen doch weg, den Berg. Nee, wie kann ich? Ja, wie kann ich? So, Pi-Gefecht. K.H.O., der lebt ja immer noch. So, let's aim for M6. Vielleicht treff ich ihn hier mal. Na, vielleicht. Vielleicht, dass du erst mehr Glück. Alter, was hier von Panzerfriedhof ist. Glückschuss. Was getroffen? Ja, er hatte noch 14 Strukturen. Es hat sich gelohnt. Ja, komm. Hey, hm. K.H.O., schaffst du doch. So, Alar, mich hat das noch gehofft. Lust, lust. Ja, nee. Also spätestens wenn fünf Panzer um nicht rum sind, schaffst du es nicht mehr, ne? Also Sieb-Reiner-Alarm. Ja, was bei dem K.H.O. ziemlich unwahrscheinlich ist. Japaner sind so scheiße gepanzert. Ich bin froh, dass ich jetzt den T4 los bin. Noch mal hier, 7, 9, 7, 7, 9, 8, 5. Ich will mal den Panther nehmen. Ach komm. Toll, Adi. Jo. Och, nö, die. Ach ja, die Mappe. Nein. Die Mappe. Er braucht man auch ein paar rechts, sonst kann man was ansonsten Unser Chiri hat 48.000 Gefechte Na Thierry Chiri Chiri Ist auch der beste Spieler, glaube ich, so weit 48.000, so wenig Äh, ja Also da hab ich mehr, ne? Ja, ja Und der Typ 58 ist der beste Spieler von Gegnern Wir haben 62% Winchance Ist ein Tier 8 Gefecht Na, Tier 8 Gefecht Und ich fahr 60 Ich fahr 20 30 vielleicht auch So ne wichtige Information, ne? Ja, ne? Und ich fahr 60 Ja, der ist gut, der ist gut Ja, und ich fahr 60 So, warte 10,44 Sekunden Boom 33,0 Sekunden hier immer noch Ich stimm mich einfach mal hier hin Hier oben kann ich drüber treffen Ich kann den so knapp nicht treffen Ja, genau, fallen in meine M-Execkel Boom Oh Gott, ich hab vergessen Wie scheiße lang dieser Schuss fliegt Ach, guck mal, GW Panthe auf den Ziel Das ziel sich doch gleich mal Ja, tu das Anvisieren, boom Ach, scheiße, der ist ja schon weg Ja, guck mal, ist close Das war aber close, ey, Mann Der war aber close Das ist der beste Spieler Von den Gegnern Ja 6 FPS Alter, das geht doch nicht 25 geht schon mehr Ich schieße mal auf den Jackson Jackson? Auf den Jackson Den Jackson 3, 2, 1 Und reload 419 in den Jackson In die Fresse Der fährt da auch nie weg Wegfahrer? Was ist denn das? Oh, komme, das war mein Kill Achtung, da kommt ein Heavy runter Ach, ich weiß, das ist 2 Er hat mir gerade noch gefehlt Ja, mir auch Wo anscheidet mich, ja Ah, toll Äh, Cromwell, Hilfe Hä, ich hab gerade geschossen, seit ich mich am Arsch Ey, ich auch Hat der? Äh, ja Stöß Boom Wo ist der? Ach komm, nee Feuer löschen Ich hätte den auch Ich hätte den aber auch treffen können Hätt ich mal eher warnen können Hätt ich mal eher warnen können Hätt ich mal eher warnen können Ich hab's auch gerade erst gesehen Die wurden ja von uns beiden gespottet Dann hätt ich, dann hätt ich nicht geschossen Ähm Alter Okay, ähm Zur Aufmunterung, Tier 9 Bin dabei Kann aber auch schief gehen Sena, Sena, Sena Oh, Mann Alter Heilige Scheiße Der Indienpanzer von den Gegnern 25.000 Gefechte 64% Siegrate Und 2.101 Efficiency Ja, geht schon mal, würde ich mal sagen Ja, geht Also ich bin besser Den ziehen wir ab, ne? Ja, klar Also mit neun dann jedenfalls Also theoretisch dürfte er bei mir nicht durchkommen Bei mir kommt er durch Aber ich denke er ist so schlau und lädt dann bei mir Premium Bei mir kommt er durch Äh, 32% Wünschung 2,1 Äh Let's get Ready Let's go 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 Okay, ähm Waffenträger, du hast nicht immer gesagt Okay Was ist das denn da, ne? Ganz böse Äh, Rheinmetall Der Rheinmetall Bossic Buffenträger Wie die Engländer das so schön ausreichen Der Rheinmetall Der Rheinmetall Bossic Buffenträger So sprechen das die Amis aus Die Briten Waffenträger Wenn ihr auf YouTube Quickie Baby kennt, wisst ihr das Also der macht WOT gut, äh, Let's go Let's go Quickie Baby kann man auch falsch verstehen Yep Hahaha Versuch mal's einfach mal, äh, versuch mal einfach mal nicht, den nicht falsch zu verstehen Ja, Maustest Ich glaube das ist ziemlich unmöglich, aber Der macht jetzt auch sein neuestem War Thunder Ähm Let's go Let's go Hast du dir das mal angeguckt? Nee Das ist ähm Ähm Im Prinzip wie WOT Ne? Und mit 10.000 mal besserer Grafik Mhm Und Oh, geil Da gibt's halt noch nicht viele Panzers Open Beta glaube ich gerade Also Aber, äh Dafür gibt's noch nicht Aber, äh Aber, aber, aber Warte Und es sind halt auch Panzer und Flugzeuge Geil Das hole ich mir auch Ja, ist Open Beta Ich hab schon gesucht, wo man sich das runterladen kann Aber irgendwie hab ich's noch nicht gefunden Muss ich mich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen Jedenfalls, äh, ich find das richtig gut Wenn ihr das noch nicht kennt und, äh Ich kenn's noch nicht Ja, dann ich, ich denke wir machen einfach mal einen Link in die, wie heißt das Beschreibung? Video Beschreibung Video Beschreibung Video Beschreibung Ähm, dann könnt ihr euch mal angucken von Quicky Baby Und macht euch nicht zu viel Aufschung, was da für Videos rauskommen, ne? Ihr werdet W.O.T. und Ich brauche dann da Ja, okay So, ähm, hier ist jetzt ein Tiger 2, T44 und eine Amix 50 Ich will irgendwas trappen Wollen wir rausschauen? Ich weiß aber nicht Wollen wir rausschauen? Also ich würd's gern machen Ich weiß aber, ihr habt das so ne gute Idee ist Ich bin gespottet Ich auch Ja, ich denke mal von den Typen da Blüm Ich hab was gerne Wenn da, wenn da hinten, ich denke mal da hinten werden Ferdinand und so Äh, ich fahr zurück zur Base, guck mal auf den Stand Äh Ah, jetzt guck nochmal auf den Stand Äh Wir dürfen jetzt einfach ein bisschen in die Base Genau, gegen den J.S. 8 Und den Indienpanzer sollt ihr es schaffen Den Indienpanzer, da müssen wir auf jeden Fall Ja toll, 1.7 Auf jeden Fall drauf mal da 1.8 Ach Gott Ähm Entscheidender Beitrag 1.9 Alter 1.10 1.10 1.10 Ach komm Das Gewinn war noch, ne? Wir müssen jetzt am besten so schnell wie möglich den Indienpanzer weghauen Dann bleib du mal lieber im Hintergrund Du lass mich am besten die ganzen Schlüsse abfangen Du hast ne Panzerung Ein bisschen Ein bisschen Äh, ich komm sofort Da! Links! Indienpanzer! 2.10 Oho Ich kümmer mich da links um den Indienpanzer Achtung hinter uns kommen nicht auch noch alle Ja ist mir gerade ziemlich schnurz Sa hallo Indien 368 Nichts für wenig Ja warte ich mach das schon Ich mach das schon Ok ich denk mal der sollte das schatten Er schießt mit Premium Ja Und die Zoom mit High Zurück zur Base würde ich sagen Wer ist denn hinterm? Achso Natürlich Wer denn sonst? 500 Ich hasse diese Heiger, ne? Gümmerst du dich um hinten Ich kümmer mich um hier 3 2 1 Der IS-8 ganz schön nervig Der E-75 ganz schön nervig 550 Ja dem übel Achtung Achtung Ja komm schon Nicht dein Verkackter Ernst oder? Waffen Fick noch eins Äh ja Bin doof Äh Hilfe Na Wir kommen alle nicht durch Fliegen 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 Oh Gott 4 zu 15 Ja Den Indienpanzer haben wir auch schon weggehauen Ah hab ich weggehauen Ich hab den jetzt auch nur weggehauen Ja der hat mich sonst gekält Ja Ja Das war ein super Befecht wie immer Soviel zum Aufheitern Ich hab sogar Plus gemacht 2.800 Schaden Mit der oberste Weiß ich gar nicht 1400 Schaden Der IS-8 kam da auch um die Ecke gejolot und wollte mich unbedingt kennen Ja Den E5 70 ne was meine Ghan hat verrückt gespielt 513, 550 Und den 2x 2 Schüsse hintereinander Und dem Indienpanzer betrautend 75 Warum nicht? Der 368 oder so 490 Durchschnittschaden auf 368 Pfff Ja Meinst du nicht das Recht heute? Nein Ok ich würde sagen Danke fürs Zuschauen Ja Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss